Wenn man mit Naturköder fischt, d.h. Muschelfleisch, Fischfetzen oder Köderfisch, so kann auch mal ein Vertreter aus der großen Familie der Plattfische an den Haken gehen. Hier ist es eine Doggerschabe, deren Fleisch leider als minderwertig eingestuft wird, da es sehr wässerig ist. Kannst abmachen und wieder über Bord schmeißen. D.h. Das ist ein schöner Teller. Siehst du, siehst du bald 40 Zentimeter.